Im Süden der Insel, da gibt es sehr schöne Anlagen. Besonders empfohlen wird das Siam Residence. Das Essen ist gut, die Bungalows sind schön. Auch hier ist eine überragende Freundlichkeit. Ich kann nur sagen, es ist ein Urlaub, den wir haben hier. Wir sind einwandfrei, sind Schauspieler, zwischendurch mal Privilegierte. Und hier sind wir. Es ist eine Verbindung zwischen Urlaub und Arbeit. Oh, Siam Residence. Fünf Sterne. Das passt. Mödi, das wird ein wunderbarer Urlaub. Genau. Sag einmal, wie heißt geschwindes Hotel unserer Zielperson? Siam Residence. Siam Residence. Deluxe. Wie lange brauchen wir noch? Wie sagt der einheimische Grafpfarrer? Assaluli. Der Siam Residence ist unter österreichischer Leitung. Und er hat auch den Charme des österreichischen Gastronomiewesens. Es ist eine sehr schön gelegene Anlage mit im besten Sinne einem Pensionscharakter. Man ist ein bisschen zu Hause hier. Das ist sehr, sehr, sehr nett und liebevoll und charmant gemacht alles hier. Und auch, wie ich wieder feststellen konnte, eine sehr, sehr feine Küche. Oh, merci. Thank you. Ah, ich werde es sparen. Ein kluger Mann muss immer etwas auf der hohen Kante haben. Im Kopf muss ein kluger Mann was haben, Max. Und ich werde es sparen. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020